Herzlich Willkommen. Nehmen Sie Platz. Es ist ungewöhnlich, am Montagmorgen der Plenarsaal Platz zu nehmen. Wo sind die beiden? Ja gut, unter dem Beifall aller nehmen die Platz. Es ist am Anfang immer ungewohnt, so im Blick von allen zu stehen. Insofern, jetzt machen wir es ganz formell, wie es auch sonst der Fall ist. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Die Schriftführer haben unter anderem die Aufgabe, einen strengen Blick auf die Redezeiten in den normalen Debatten einzumachen, dass alles eingehalten wird. Sie wissen, dass sich auch die Länge und nach der Größe der Fraktionen richtet. Sache 1. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind alle Mitglieder des Hauses. Wer stimmt dagegen? Vorsichtshalber. Niemand. Enthaltungen? Auch niemand. Damit ist der Antrag angenommen und die Ausschüsse sind eingesetzt. Danke. 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 Vielen Dank.